hallo ihr lieben guten morgen bei uns steht heute ein tag im stall an wie ihr sehen könnt und wir werden heute zu dritt an einen badesee fahren reiten um dort mit den pferden zu baden mal gucken ob das klappt auch für mein pferd absolutes neuland ich würde euch aber per vlog einfach mitnehmen und hoffe euch gefällt bis später so jetzt geht's los später gut 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020